Damit sie uns besser beobachten können. Nicht, dass man euch, also deine Art, ein bisschen respektvoller behandeln sollte. Ach komm, Quatsch. So ein Quatsch. Meine Art. Das ist Anne Rice-Geschwaffe, das ist Hollywood-Gequatsche. Scheiß Himmels. Das ist Linus. Wir sind erst seit einer Woche zusammen. Aber ich bin schon seit sieben Monaten unsterblich in ihn verliebt. Ob seine Gefühle genauso stark sind wie meine? Ich fühle ihn mal auf den Zahn. Linus, jetzt mal im Ernst. Weißt du, was Liebe ist? Ich fühle ihn mal auf den Zahn. Ich fühle ihn mal auf den Zahn. Untertitelung des ZDF, 2020